So, jetzt probiere ich das noch mal, weil ich nämlich eben rausbekommen habe, dass es hier noch einen zweiten Ausgang geben soll. Also machen wir das ganze Spiel hier noch mal hier. Wo soll denn hier, bitteschön, ein zweiter Ausgang sein? Das erinnert mich ein bisschen an die Schratzellöcher, die Erdstelle in Bayern. Aber sehr stark sogar. So, hier ist irgendwo noch ein anderer Ausgang. Hier, alles klar. Guck, guck, guck. Der kommt in der Reihe. Gefund, gefund, gefund. Am anderen Ende. Jo. Jo. Jo.